Wo kann ich denn diese Zerstampfer jetzt hinsetzen? Ach, die kommt von oben. Direkt hier, die frieren hier ein, ne, auf den Dingern. Mach daneben. Ja, daneben geht nicht. Dahinter kann ich die machen. Jo. Aber du kannst ja auch noch Bodenplatten machen, du musst jetzt nicht die heftigen Dinger überall. Ja, das Problem ist, dass das ein bisschen suboptimal ist, weil wenn die von da kommen, laufen die auch hier links lang, glaube ich. Die sind ja nicht nur an der Wand. Das sind jetzt die Zerstampfer, oder was? Ja, das ist ein bisschen blöd eigentlich, was ich hier gemacht habe, ne? Ja, du kannst ja im Nachhinein wieder verkaufen. Obwohl, da kann man eh nichts mehr neben setzen. War einem passiv egal, könnte ich auch so setzen. Ja komm, dann starten wir mal. Achso, du bist doch gar nicht fertig. Ja, ich guck grad, weil, warte mal, wir haben wir ja noch... Boah, weh. Ja, wieso kann ich denn jetzt die scheiß... Das Buch kann ich nicht mal öffnen, jetzt. Okay, genau, so ist das halt. Ist wieder ausgerastet. Bam! Boah, die kommen wieder nicht bis zu dem Ding hin. Boah, hast du das gesehen, Alter? Richtig gut. Tschüss. Voll die Gülle außer Wand. Bam! Ach, das ist ja komisch jetzt der Stamper. Muss ich da jetzt irgendwas machen? Nö, nö. Nö, nö. Wusste nicht. So, dann gucken wir mal, dass die hier noch ein bisschen geslaut werden. So, dann geht's schon weiter. Tja! Direkt wieder auf die Fresse. Hä? Die kommen von der anderen Seite. Nein, komm mal her! Scheiße! Da haben wir gar nicht drauf geachtet. Jetzt ist ja auch nichts auf dem Boden, aber das schaffen wir. Ach so, wir hätten uns im Prinzip einfach splitten können, ne? Ja, ja. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht auch noch von drüben, Alter. Das wäre ein bisschen mies. Ja! Wat war dat denn? Warte, lass den, lass den. Warte, lass den, lass den. Lass den. Guck mal. Boah, Alter, wie krass das mit den Granaten, ne? Ohne Scheiß. Ja, pass auf, ich, ähm, ich hätte jetzt im Prinzip einfach rund rüber gehen können und dann verkaufen können. Ja, ist ja egal. Jetzt kommt die bestimmt wieder von der anderen Seite, ne? Nö, von beiden. Bestimmt. Nö. Aufladen und... Doch, pass auf, jetzt kommen die von drüben. Jo. Ja, ich bleib hier. Ey! Ja, kuschelt mal, ihr kleinen Männer, ihr könnt kuscheln. Das lebt zueinander. Du stammt fast voll geil. Schön lieb sein. Ey, die kommen ja durch! Die bei mir auch. Nein, jetzt fliegt die nicht mehr. Ich komm. Schaffst du? Ja, ja. Und bam! Jawohl, ich hab nen Totenkopf gefunden. Richtig gut. So. Und... Zack, zack, zack! Fertig! Los geht's! Ja, ich hab hier grad auch noch ein bisschen was hier gebaut. Ja, bei dir geht das davon ab, bei mir kommt gar nichts. Nein, nein. Ah doch, doch. Jetzt geht den ab da hinten. Ab, geht ab! Ja, aber jetzt kommen hier richtig dicke Dinger bei mir. Alter! Ja, macht euch kaputt! Bamm! 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 Kuschelt! Ihr soll kuscheln! Hilfe! Hahaha! Ich kann grad nicht. Ich bin ja auch beschäftigt. VTF! Jetzt ist das meiner. So ein dicker grüner Klumpen und das ist meiner jetzt. Hahaha! Richtig gut. Oh, oh! Hilfe! Wo kommst du denn da klar? Ich komm mir... Langsam wird das hier langsam, äh... Ne? Ja, ne. Das macht schon Laune hier. Ja, das macht auf jeden Fall Laune. Der splittet sich! Der hat X-Split gemacht. Ah! Bad day! X-Split? Komm mal hier hin! Mach mal was hier hin! Ich brauch mal ein paar Sachen von dir auf der anderen Seite. Ja, du bist voll gut. Du bist voll behindert. Ich komm mir voll ruhig. Ja, ich hätte ja dann was bei dir gebaut, Mann. Ja, dann bohr doch alle davon bei dir, Mann! Ja, aber ne, damit ich hier alles mögliche hab. Oh, aber mir kommt gar nichts. Doch, jetzt. Ba-ba-ba-ba-bam! Kaputt! Bis! Und... Bamm! Mein Kuschelmonster! Schön lieb sein! Oh nein! Das sind mal aus! Lasse, das geht voll ab! Normal! Nein! Auf der falschen! Kaputt! Bamm! Ey! Ich bin nur runtergefallen! Jetzt kommt hier unten auch noch welche, oder was? Was geht denn jetzt ab? Was hab ich denn jetzt hier? So! War? Hä? Ja, ich bin hier runtergefallen! Achso! Geschafft! Ich bin hier gerade runter gesprungen und da war da auch noch jemand! Oh nein! Uns fehlt einer! Wah! Endlos Level bieten dir eine hervorragende Möglichkeit neue Schäde zu verdienen und deinen Charakter zu verbessern! Heilungsschmuckstück! Du findest hier endloses Level auf dem Kampagnenbildschirm! Abbrechen! Ähm! Ja! Zauberbuch würde ich mal sagen! Und... Mal gucken! Okay, wir können jetzt die Sachen auch noch aufrüsten! Das heißt... Äh... Alle setzen Gegner manchmal in Brand! Ich glaub ich mach erstmal, dass das mehr Schaden macht! Alle Gegner sind mehr Münzen! Genau! Hm! 12 Dinger hab ich jetzt! Ich brauch mal ne Attrappe! Wo sind denn die Paladine? Da! Jawoll! Bam! Dauberbuch! Ach, ich hatte die Stacheln gar nicht reingezogen! Was hab ich denn hier? Heilungsschmuckstück! Regeneriert langsam Gesundheit! Sich selbst und die Verbündung... Ah! Okay! Ich kann uns auch heilen, ne? Mal so nebenbei! Ja, ja! Ich hab's so weit auch gekriegt! Fertig! Ähm... Scheiße! Wir hätten mal waffentechnisch mal gucken können hier! Irgendwas machen noch! Kommt der Stampfer! Ursachen mehr Schaden! Oder? Ne! Fallwand! Aber ich versteh das grad nicht! Man kriegt Münzen und man bekommt Schädel! Was kann man denn mit den Münzen machen? Scheiße! Muss man da auch irgendwas kaufen können oder nicht? Ich weiß es nicht! Man kann auch Schädel zurückerstatten, seh ich gerade! Weil ich seh überall nur, dass man mit diesen Totenköppen halt bezahlt! Leicht! Naja! Keine Ahnung! Wir machen jetzt aber erstmal weiter! Ja! Mal ein Stück trinken hier! Ha! Schlucht des Verderbens! Oh! Band der Leere ist ein gutes Mittel! Um sich da zu stellen und du immer genug gesundheitsdränke dabei hast! Wollte nicht! Roman brauchst du was nicht! Ah! Wir haben jetzt noch einen weiteren Slot hier bekommen! Ja! Und da kommt jetzt was sehr sehr geiles rein! Was denn? Warte mal! Die kommen von wo kommen die? Von... Von hier kommen die? Oder was? Oh! Da kommen Wagen raus! Ah! Hier kommen die in dem Fall von beiden Seiten! Von da und von hier! Dann baue ich mal hier hinten was, ne? Jo! So! Und zwar... Wo ist das denn? Warte schon! Ja toll! Hier kann man ja jetzt noch eine Wand bauen! Guck mal! Achso! Ich hab schon kein Geld mehr dafür! Och! Nicht schlecht! Der bisschen Wiener baut doch mal auf deiner Seite! Oh wat! Ich hab ja jetzt schon fast kein Geld mehr! Nein! Ich hab kein Geld mehr! Ich baller... Ich baller die auf der anderen Seite einfach weg! Erstmal! Wollte nur unbedingt mal den Ritter da hinstellen! Habe ich gerade freigeschaltet für 12 Köppe! Was ist denn mit mir? Okay! Guck mal! Haha! Wir gucken was der macht! Der Palabin der ist stark! Ich mach den kaputt! Ach! Soll ey! Jetzt hast du wieder eine Kacke und dann kriegst du die ganze Punkte wieder! Du Arschloch! Du sagst die kommen ja erstmal gar nicht! Oh! So! Also die können auch von dem Wagen hier knapp gefahren werden! Sehe ich! Das ist nice! Ja da müsste man so Slowdinger hinterher auch das äh... Das geschienen machen oder das... So! Davor! Man kann ja auch machen, dass die äh... Oh! Kommen da hinten jetzt... Ne! Aber jetzt bestimmt! Ja! Na gut! Dann mach ich mal hier was hin! So! Mit der F! Hier hat der Paladin hier! Dann hast du der rastet von aus! Weil der hackt hier rum! Ja wenn ich ab und zu mal vorbeikomme heilig den! Alter warum steht der denn da drinnen? Nö! Voll greedy ist! Haha! Da fädet er rein! Nein! Ich glaube ich setze ihn gleich mal um! Ja man kann ja auch hier rumlaufen ne! Ich habe vorhin gesehen man hätte... Guck mal! Ne! Was ist denn das hier? Die Schonzeit ist da rüber! Ist das denn jetzt zu dir rüber oder wat? Ja! Verräter! Kann man jemals zu viele Fallen haben? Ich glaube nicht! Was macht der denn da? Drei kleinen Kuschow-Männer wie? Oh die kommen da hinten nicht aus! Scheiße die rennen durch! Waaaat? Ja super einer ist schon durch... Wie aufgepasst! Noch einer! Scheiße, wir müssen das Slowdinger mal hier ausstellen. Mehr noch. Diese Eisteile. Paladin, alles okay? Jawoll. Von mir aus kommen wir, ich habe schon gedrückt. Wo Mama? Da kommen die Schatten. Miss Romos. Bei mir nicht. Nee, immer noch nix. Jetzt kommen sie bei dir. Und da geht es los. Ach, Pillefatz hier. Passiert doch nix. Die kriegen hier so derbs aufgefrisst, da glaubst du gar nicht. Und bam. Ah, hier geht das aber auch bei mir. Der Stamper kann ich hier gar nicht anbringen. Ich bin hier vollkommen überflüssig. Ich glaube, hinterher kommen auch fliegende Dinger oder so, ne? Ja, denke ich auch mal. So, okay, was machen wir jetzt? Die Sprühdurchfalldinger da von der Wand aus wäre nice. Die Sprühdurchfalldinger da von der Wand aus ist.